Musik Ja, neben mir Andrea Nahles, Generalsekretärin der SPD im Bund. Frau Nahles, was dürfen wir uns als Verein Mehr Demokratie von der SPD in unserem 25-jährigen Bestehensjahr wünschen? Ja, erstmal Gratulation zu den 25 Jahren. Aber es wäre natürlich schön, wenn man die Initiative zumindest an einer Stelle nicht mehr bräuchte, nämlich dass es wirklich bundesweite Volksentscheide auch gibt. Dafür werden wir uns auf jeden Fall stark machen. Wir haben auch schon mehrfach im Bundestag entsprechende Gesetzentwürfe eingebracht. Die brauchen allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Wir werden aber unverdrossen daran weiterarbeiten. Mein Gefühl ist, es dreht sich der Wind immer mehr in Richtung Volksentscheid. Die Unterstützer sind mehr geworden, nicht weniger. Insoweit brauchen wir hoffentlich nicht nochmal 25 Jahre, sondern vielleicht nur fünf Monate, um es zu erreichen. Das wäre meine Hoffnung. Das hoffen wir natürlich auch. Wir drehen jetzt einfach mal die Uhr vor. Wir stellen uns vor, wir hätten bundesweite Volksentscheide. Was würden Sie sich wünschen, vielleicht als erstes Thema für eine bundesweite Volksabstimmung? Ich mache mir momentan schon vor allem Sorgen, dass es bestimmte Initiativen gibt, die sagen aus der EU, Wasser zu privatisieren. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich halte das auch für völlig falsch. Also die Frage auch der Daseinsvorsorge, was wollen wir eigentlich privatisieren oder was wollen wir vor der Privatisierung schützen? Das wäre ein gutes Thema aus meiner Sicht.